Der brasilianische Nationalspieler Roberto Firmino vom englischen Spitzenklub FC Liverpool ist beim Augenstich von Gegenspieler Jan-Fatonghen im Premier League-Duell bei Tottenham Hotspur 2 zu 1, glimpflich davon gekommen. Es war nur ein Schreck. Meine Auge ist okay, mir geht es gut, schrieb der Angreifer bei Instagram. Laut einer Mitteilung der Reds müsse Firmino keine bleibenden Schäden fürchten. Der belgische Nationalspieler Fatonghen hatte seinem Kontrahenten bei einem Zweikampf, 70., den linken Zeigefinger ins linke Auge gesteckt. Firmino musste daraufhin ausgewechselt werden. FC Liverpool, Firmino Einsatz gegen PSG ist offen. Ob er für den Champions-League-Start am Dienstag gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel zur Verfügung steht, blieb offen. Firmino, 26, reiste nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus getrennt von der Mannschaft zurück nach Liverpool. Mehr zu Liverpool und Tottenham Hotspur Der Notfall im Krankenhausgleich www.K OEN Untertitelung des ZDF, 2020